ja die ich bin auch dabei auch dabei auch dabei bei der Ruhr und stock ist fertig leckten wir mal 50.000 Fenster ist echt Boden vorfoto ich bin nicht so geil dass der man ist dass sich jeder Marsch leckt Okay, dann nicht. Aber ich glaube, mein Haus hat nur an der Frontseite Scheiben. Sondern der Sven will dich in den Aus schleppen. Das kann auch wirklich sein. Will ich für mich alleine haben. Ich glaube, ich pausiere mal das Projekt Tempel und die Richtung Atomkraftwerk. Nein, nein. Das Atomkraftwerk machen wir dann zusammen, alle. Ach, weißt du, wie viel das noch ist hier? Ich weiß nicht mal, wie die Decke jetzt von. Ich kann auch nichts dafür, wenn du so einen riesen Tempel baust. Der war schuld. Mir fehlen vor allem nur die ganzen Materialien. Wollte ich jetzt nur Weizen anbauen oben, Markus? Wenn du willst, kannst du auch was anderes anbauen, auch. Brauchen wir heute hier richtig nichts anderes. Das ist mir relativ... Wayne? Wayne Industries? Kannst deine Fantasie... Kannst auch ein Kunststück bauen da drin. Mit Weizen und anderen Dingen. Kann ich dann aber nicht automatisieren. Nein, das kannst du nicht. So, hast du auch mal was. Was hast du wieder hier gemacht? Markus, deine Farm ist zu dunkel. Oh. Hat's boom gemacht. Wir sollten das noch mal abbrechen. Nehmen wir den Strom weg. Geht doch zum Wörter. Ja, es verbraucht den Reststrom. Na, einfach Kloster entdecken. Ja, du kannst auch Kloster einfach an die Decke setzen. Und auch Kloster und Lampen benutzen. Nein. Ich will jetzt Kloster. Ja. Mach die scheiß Fackeln vom Boden weg. Der ganze Boden wird ein Feld. Ja. Da darf keine Fackeln stehen. Ne. Okay, das sah cool aus. Das war jetzt crazy. Nimmst du schon auf? Äh, ja. Geil. Seit ungefähr vier Minuten. Stimmt, ich habe ja gesagt, yo. Eww. Yo, nö. Ist das so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 10. Warum macht ihr das nicht so richtig, wenn ihr hättet? Weil du spürst. So. Nein. Jawohl. Ah, geil. Alter, Junge. Wie, das geil aus. Äh. Na, jetzt muss ich nur erzählen. Markus, komm mal rüber. Ich brauche mal kreativ ein Rad. die Marken muss gerade hier beleuchtet Marke der Welt einfach im Loch so wird ihn kann man immer in Ruhe zählen hier wie mache ich den Hava Mode rein? weiß ich nicht äh normal Taste ist glaube ich irgendwie was mit Z gewesen normal Taste ist was was nicht funktioniert ich muss die Tastenbelegung ändern damit es geht das Spiel ist eine Steuerung wir sollten auflösen so passt so die Beleuchtung jetzt super darf ich den Strom anmachen? ja dann sehen wir ob es das so war ist E-Blocks wegwerfen schleichen springen rechts links vorweist gegen Schampp wir laufen wir brauchen mehr landen wir hier troppt schon wieder ja Switch K Side Inventory K ja du musst hier noch eine Linie machen und hier noch ne weil wie heißt das Toggle Junk Loading ich krieg jetzt hier ein paar Siebser die ganze Zeit getroffen ich weiß 1 8 9 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 10 10 10 10 10 10 10 8 9 Gott Welt jat so wie ein System wo ist der Kasten jetzt der müsste durch Klos von mir ein bisschen bitte ich bin ja dabei hier nächstes Thema bei dir Lama und sehr von hier oben reinwerfen das stimmt ja jetzt irgendwas auch irgendwas zu essen auch ich mein Gott wegschmissen ja ich hab noch im System sind noch Karotten aber aufpassen dass ich nicht alle esse ich nehme noch mal ein Stack Karotten zack das ist eine Meune gewesen mein Stack zumindest ja wir können die ja noch mal irgendwo anbauen aber hier oben wird jetzt erstmal nur Weizen angebaut ist ja genug theoretisch haben wir schon ganz viel ungebratenes Fleisch und müssen eigentlich unsere Tiere gar nicht züchten ist egal mach's trotzdem mach's trotzdem wer kann der kann ist auch was ich mach unser Raw Beef mal zu gebratenem Beef das sind mehrere Stacks ja so jetzt müssten es eigentlich genug Beleuchtung sein zu 100 kannst wieder dein Ding anschalten läuft schon ach so es hat mich alles ausgefüllt jetzt hast du wahrscheinlich keine Seeds mehr da ach so ja jetzt muss ich dann noch was hinbauen damit es auch wieder abgebaut wird wäre hilfreich ne das wäre hilfreich ja das macht dann eh kein das oder wenn mal einer von uns hochgeht und es abbauen gut ja genau nein ich habe genug Arbeit so oder wenn wir die Folge hier mit hast du wieder? kann doch nicht rein ich glaube schon 3 13 locker Minuten schon über 15 Minuten schon nein du hast 25 die andere Welle wir haben jetzt 36 ich habe 27 angefangen ich habe 27 angefangen also jetzt ist 35 32 aufhören mein Freund rechnen ist nicht so die Stärke gell Markus ne 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 rechnen ist nicht so sein also ich bin behindert ja ich bin behindert ja ich glaube ich auch 27 plus 15 ist 42 ja ja natürlich naja ja natürlich das kann mir ja jeder erzählen jetzt hier so wie heißt das jetzt da Harvestor oder? Alter wir haben einfach 3.980 Eisenbarren so hier ist ein Harvester die Harvester platziere ich jetzt wo? komm mal rüber Markus jetzt wenn du gerade in der Hälfte ach ja ich kann mal krank rum Sven du musst noch einen Wiffen bauen ne? ja ja Tumor dann geht es schneller darüber zu lautschen also ich finde immer noch dass das ziemlich schnell geht ja ach ach doch bei den deutschen Filmen es kommt ein Dotsen geht es schneller ich habe das immer noch nicht genug Licht alter Alter WTF Junge lauer nicht an manchen Stellen probt immer noch was ja mach jetzt ja wo bist denn du? Sven und Foto haben wir nicht über dir guck mal so ich möchte hier gerne so einen Balkon hin bauen mach halt ja passt so da drüber hier so wie würdest du das die Eingang kann man dich denn so lassen? guck mal ich bin jetzt am überlegen mach nur mach nur mach nur mach nur da ein Balkon und da ein Balkon und mach vielleicht in der Mitte so ein höheres Türmchen da oder höher halt oder dein Ding wie meinst du? also da so also da auch eins bauen ein Balkon ich hätte den jetzt hier raus gezogen ich hätte das jetzt hier so 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 okay mach mal fertig mach mal fertig du kannst aber ja abbauen mach mal fertig und dann kommst du und das kann ich sehen ja ich ruf dich dann wenn ich fertig bin ich helfe dir auch beim abbauen dann ich helfe dir auch beim abbauen dann ich will schon wieder Stress haben hier das war ich ich will auch sagen ich will das einfach ganz heiß geworden ja das war ich zum Beispiel sagst du gefärbt oder was? auch meine Hand ist eingeschlafen meine linke Alter hab ich so auch immer Alter ich hab' ich behindert du bist echt behindert Alter ja aber das so das ist auch das ist auch schon wieder dasselbe wie vorhin ich hab' auf Anhieb geklappt hätte ich immer verwundert jetzt höchst ich grad älter ahja jetzt weiß ich was ich machen wollte ich bin so belebt heute warst du ein bisschen zu blöd und 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 was brauch ich noch? emerald und dann benutze ich wieder meine coole Hand um zu craft mal mal muss ich den Schuss ich bin mein Tempel richtig nice wenn der fertig ist ist es ein Monster Projekt gewesen dann ist es ein Monster Projekt gewesen wir müssen mal was dann wieder abreißen ja aber Materialien brauchen ja also ich würde sagen wir machen jetzt keine Projekte mehr unter 64 Felder äh doch doch meine Villa die ich brauchte da aber es gibt natürlich mal wo da und im Gang in mir hier hinter dir Gang 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 hinter mir oh ja BAM ich bin jetzt weggeflogen alter ان�ático wo sowas gibt ja ja genug wir haben keine Chest mehr alter wir haben eine goldchest ja keine goldchest keine chest gefahrt eine schweine nein wasu überhaupt nicht die Chests aus dem orden Nein, das darfst du auch nicht, sonst wirst du durchgeschraubt, mit blauen. Oh ja, da ist nur uns geplant worden, Alter. Da bin ich durch, ey. Guck mal weg. Markus wird einfach gerollt. Alter, au, 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 au. Also bei mir ist hier keiner uns nicht vergewandt, Alter. Welches ist jetzt weg? Alter. Hoffentlich rein hier. Du brauchst ja mal einen Bau. Jetzt erschieß ich dich einfach. So, noch man. Für dich. Dein Lohn. Dein Lohn ist... Ah, ich muss weiter aufbauen. Weiter nach links kommen. Du weißt, dass jetzt hier drüben noch eine Chest und Kabel hinkommen und die Kabel hier komplett die Wand entlang gelegt, so. Alle. Ja, ich muss hier drüben Kabel hinkriegen zu dem Kasten hier. Nein. Da helfen wir das Ding ab, sich krass da abzubauen. Bei der Erde da. Der geht so schneller. Hey, hol meinen Läser. Dann bauen wir das System einfach rechts weg. Mining Läser, wie was damit? Nein, hab ich. Ah, ein Foto. Siehste. Wacko, wer geht in das System rein? Kann ich nicht beim Bauen. Du brauchst dich nicht, du baust doch nur Sachen, du reißt doch nicht mehr ab. Ja, ich reißt doch nicht mehr ab. Ja, ich reißt doch nicht mehr Sachen ab. Okay, klinge ich leer. Meiner kann nicht so schnell nicht leer gehen. Ja, natürlich. Hm, Mann. Das ist schon wieder die unsichtbar geworden, ich komm nicht durch. Wollte ich nicht drüber schweben. So, ich hab weggerissen. Jawoll, hab ich. Yeah, wir haben 240. Endlich hab ich's geschafft. So, mach ich los. Markus, du bist weg. Was? Weg. Was? Weg. Achso, okay. Gut, dann würd ich sagen, wir wenden die Folge hier mit. Dann würd ich sagen, ja. Bis dann und ciao. Bis dann in der nächsten Folge immer auf der Gleite. Ciao.